Okay, also möchte jemand von euch was zu diesem Bild sagen oder soll ich kurz erklären, was da passiert ist? Du kannst kurz mal erklären, was da passiert ist, würde ich mal kurz sagen. Also wir haben gegen North gewonnen. Das war das Team von MSL damals, das dänische Team. Das war E-League Major und wir waren vorher eigentlich schon totgesagt. Da war Daniel noch hier mit dabei, unser CEO und vorne links der Mann mit dem etwas besser gepflegten Bart als ich. Daniel hatte da noch keinen Bartwuchs. Da war er von Hörlux gewesen und hatte uns da begleitet, um auch mal so ein Event mitzuerleben. Und wir haben sehr viele Hasskommentare bekommen und deswegen habe ich, wie ich es auch sonst immer mache, normal schreibe ich ja immer mit den Leuten, die euch böse Nachrichten schreiben. Ich weiß nicht, wer ihr seht, aber ich erkläre denen gerne mal, dass die ein bisschen blöder sind als andere Menschen. Und da wollte ich den Leuten einfach mal zeigen, dass die mich im wahrsten Sinne des Wortes am Arsch lecken können. Ich hatte auch noch ein paar Haare auf dem Kopf gehabt zu dem Zeitpunkt. Die habt ihr mir später geraubt auf jeden Fall. Aber der Bart war nicht, ich habe eh keinen gepflegten Sohn. Aber das ist ein bisschen besser geworden. Ich glaube, wir haben uns da alle weiterentwickelt. Das war auf jeden Fall ein guter Moment für uns alle. Wir haben danach, glaube ich, das Spiel gegen Space Sosa ist Opfer und Robill verloren. Ja, gegen Can. Den haben wir dann einfach später geholt, dass wir gegen ihn nicht mehr verlieren. Das ist halt the big way. Aber es war, E-League Major war immer eine gute Zeit gewesen. Also es hat so ein bisschen Historie gehabt. Wir sind alle gerne dahin. Und das entgegengesetzt den Events, Roman, die wir vielleicht später sehen werden, wo du mitgespielt hast, gab es da keine Bierbänke und Plastikstühle zum Draufsetzen. Ganz so schlimm war es auch nicht. Also war es schon sehr nah da dran. Aber es war auf jeden Fall ein befreiender Sieg. Welche Map war es gegen Norse gewesen? Ich glaube, auch Cobble, oder? Haben wir eine andere Map außer Cobble da gespielt? Ich glaube, wir haben viermal Cobble gespielt.